Und wie geht das mit dem Upside schon wieder? Das ist die Linie vom Gras. Ja, also wenn er vorne spielt, dann... Der Hälfte vom Anderen... Also der am Rand hebt ja dann auch die Fahne auf. Die Fahne, weil einer zu weit läuft und... Ja, aber nur wenn er dann spielt als Pass. Also vorne zum Anderen. Also vom Gleichen... Vor der Linie, vor dem Goal... Und mit dem gleichen Spiel, also dem gleichen Team. Also von der gleichen Mannschaft. Wenn der andere hinten drauf ist. Die zwei Stürmer vor allem. Ja. Dann ist es Upside. Laufend. Ja. Und das ist... Ja, aber es ist sehr kompliziert. Sehr komplex. Voll komplex, ja. Die UEFA Europa League mit Galanda. Auch wenn wir keine Ahnung haben.